hallochen und herzlich willkommen und ich habe gehört der nutoka hat viel zu spät auf aufnahme gedrückt böser böser nutoka habe ich gar nicht nein es hört sich irgendwie so an sonst höre ich das immer ich habe heute sehr sehr zart gedrückt geil wir haben schon eine millionen rf ich weiß nicht wo wir den club ich spreche die ganze insel hoch sag mal können wir eigentlich auch ein system machen ich mache das tor zu dann kann nichts passieren was können wir machen how to save atomreaktor was 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 können wir mit dem me system machen du wolltest gerade was fertig aus entschuldige me meta system meta meta war das nicht me meta ja ich glaube me meta war dass du aus dass du me meta aus energie produziert und aus diesem me meta dann alles produziert nee nee das ist was anderes habe ich das ist eine andere das ist die norme das normale skyblock wie der 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 kev lps zum beispiel exzessiv gemacht hat da hat er dieses meta benutzt aber das gibt es hier nicht wo lauf ich hin ich will es in bieten nicht ins bett mal gucken ob die pilzbienen schon fertig sind die pilzbienen oh ja sie sind fertig genau umstellen eine prozessin kam raus gut der baum hat mich schon wieder gemobbt ja stopp habe ich weiß was ich machen wollte letztes mal oh mein gott braucht doch kabels abels kabels kabels ja ich kann schon springen auch wenn ich dabei halb tot bin steigt die biene aber ich habe doch kabels in meinem goldenen sack da wäre auch die schere gewesen so ok dann habe ich jetzt noch mal ein zwischenziel erreicht was werde ich jetzt tun meines questbuch gucken genau da war genau das ist doch eine gute idee click here to start ja auch mal jemand machen unclaimed reward ach ja ich habe ja den reaktor fertig ist ja mein questbock ist eben wir holen uns holst du dir bitte als belohnung auch das jelorium ingot 16 stück wenn ich soweit bin ja ja ich brauche ein string kann ich dich so gut im string vorstellen ja ganz bestimmt bei einer peri das lingo rewardback oh ein tello golem was ist tello ich habe einen golem bekommen das ist schon mal gut ich gebe dir den du bist ja obwohl du verlierst ihn bestimmt wieder ich mache ein sms system ja genau mache ich den sms ich glaube da ist auch noch ein holzgolem drin ich habe den jetzt hier hingesetzt jetzt läuft er hier rum du kannst ihn nur mit einer locke wieder abbauen dafür brauchst du eins zwei drei vier fünf meter quarts glaube ich und ich glaube auch ein eisen ja das ist eigentlich kein problem ich gucke mal nach der glocke ist die glocke auf englisch noch mal bell da ist die goldman's spell heißt diese aus die goldman's spell und die wird mir nicht angezeigt das rezept dazu das ist natürlich gerade ja könnte im taumen homicum nachgucken wenn ich es erforscht hätte ja die wird wahrscheinlich dann so gemacht ach der mit der macht auch keinem was der hat übrigens zwei penisse was ja der hat zwei penisse das ist doch geil oder der hat einen busen da wo normalerweise ein penis ist kann auch sein busenpenis stell dir das mal vor reaktor warmup ja habe ich doch abgegeben ach die ist fällig ok completed ich muss nur ein türbin housing machen dafür brauchte ich glaube ich nur noch dieses cyanide türbin housing stahl habe ich grafit habe ich nether quartz habe ich und ein cyanide barren das dauert noch ein bisschen naja wir haben ja zeit in der zeit werde ich mich dann mal den anderen quests widmen was haben wir denn da ein bisschen trieb stimmt die bier leiser wenn wir uns mit und neuen es wurde der bier leiser konsumiert das ist ja gemein und praktisch neun oder wo ja als questbelohnung aber da muss ich jetzt erst noch ein trug leiser machen und noch einen honig tropfen bekommen trieb leiser ok gucken wir mal nach dem trieb leiser trieb sagt mir bescheiß wenn der reaktor in die luft geht körper 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 das ist ja easy der mann jetzt sind wir keine reds körper 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 warum kommt das nicht hier raus ich bin hier und wieder derselbe fehler wie das letzte mal das ganze muss in den carpenter so viel buntes klar ja ich hab da gesagt wir haben ultra viel wir machen ja damit irgendwie nie was realiser da brauche ich zwei eimer wasser noch tolles konzept oh ja oh ja aber gehe ich jetzt von da kommen da haben sich weiß es schon gut alles gut leicht gut aus es ist nicht magie lila ich bin gespannt wie oft du von dem turm runter fällst jetzt lila oder nämlich jetzt lila blau ja türkis lila blau das kommt gerne ich hätte noch ein bisschen gerne noch ein bisschen grün drin aber das grün ist so ein schleim grün aber wir haben zwei verschiedene grüns ich nehme das ich mag nämlich grün grün ist die farbe der hoffnung meine eltern haben nie die hoffnung aufgeregt dann nämlich dann nämlich lila wieder raus weil das passt dann nicht mehr ganz juhu der trier leiser läuft aber lila grün passt irgendwie nicht so so ganz die knie ist ja ich nehme es mit rein grün mache ich oben genau oben kommt ganz oben im turm kommt man das denn herstellen wieso zeigte mir jetzt den pulverizer mal ach so tatsächlich mal ganz herstellen kommt der carpenter wieder kein strom läuft der pulverizer jetzt zu hart das ist eigentlich ein silky ach die kriegt man nur durch bienen was brauchst du was brauchst du silky propolis aus istos ich guck mal gerade silky da werden wir nämlich buntes glas draus machen das kommt aus silk kommt raus und dafür brauchst tropical bees noch weit von entfernt ok nö eigentlich gar nicht die haben wir schon echt muss nur noch als sie dann gleich mal in die mache geben weit von entfernt glaubst du schlaf hier oder was naja komm ist noch ein bisschen verstrahlt hat mal geschlafen sehr schön ja muss auch mal sein muss ja auch mal ausruhen hast du zufällig noch weins die werden direkt zu links verarbeitet erde also kann ich da hinten theoretisch welche abbauen oder rausholen irgendwo landen eigentlich sofort im eimer also im links immer gucken in der tonne ich glaube nicht das ist dann musst du dann kurz das system abschalten da ist irgendwo pneumatik sehr wo wir die weiter schickt oder ansonsten direkt am baum ja da kann ich aber nicht abbauen ich glaube ich habe eine schere hier unten sind auch welche ich habe mir 25 geholt ach quatsch sag nicht die fässer sind voll keine ahnung ich habe mir nur geholt oder ist ein ender wo ist mein schwein hey du wirst du nicht bedient jetzt noch der nutucher ist schneller ja also bitte ungebetene gäste hier so wie machen wir das jetzt am besten ich habe normales glas das kann ich ja fangen wir an mit normalem glas oh komm stirbt doch endlich du kackt warte mal naja hängen wir hier und weins hin dahin so bitte die weins bei den biegelstöcken nicht abbauen ok knochen ich bitte nicht kaputt nein 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 ach da ich weiß ich sterbe warum machst du sowas ich schwerte meine tate anfänger fehler kopsache die gehen nicht ans licht mal gucken ob der realiser fertig ist der carpenter kriegt wieder energie sehr schön und der realiser ist joink meins da bist du die kleine affe okay oh mann hast du gerade zu mir kleine affe gesagt ich meinte das skelett ah ok du affe alter mann der tree eliza ist auch fertig jaja jetzt brauche ich nur noch honig doch nur einmal hoch um zu wissen wie hoch das ist oh wir haben hier eine ganze katzenfamilie 2 babys und 3 erwachsenen jetzt ist aber hier mehr gut oh beide beidigung was hattest du mit katzen hier ist eine ganze katzenfamilie cool oh mann 30 lässt sich nicht genau durch vier teilen ja das hast du gut rausgefunden ja standardglas weg aber ich brauche ja nur warte mal das wären ja hier also minus 3 also brauche ich jeweils 9 und das habe ich genau die andere seite so richtig so richtig sand ah ok der nimmt den sand nur aus der einen kiste oder so das das ja nein arge blau oder lila das ist schön magst du mal gucken und warte jetzt kein grün mit drin wundere dich nicht grün kommt oben in die fenster ja ja ich bin doch gerade hier am umstellen machen gedönsen und werde gerade noch zu dann das in die siebe geben so jetzt komme ich ok ja doch sieht schon mal ganz nice aus ja ich komme von innen gucken sehen die vier seiten alle gleich aus oder wie die vier ich mache aber was weiß ich habe ich nicht genügend du hast übrigens ein pfeil im arsch echt ja oder 2 2 2 im arsch und einen im bein bitte und sind sie weg nee wach da halt still das ist gut weh warte schon mal in die pinzette ja warte mal in die pinzette Hilfe wenn du trug hast du erstmal alles voll stinken ja 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 doch sieht doch hübsch aus kann man so lassen schön dass es dir gefällt ja aber du musst schon zugeben vorher dass das halt echt ausgesehen also unter aller sau unter aller sau kinzi ja hat's auch hat's auch hast recht wir müssen uns ja nicht hetzen stimmt allerdings zack ähm so ich habe angefangen mit xyanitfarben wieder stained glass ich glaube auf deutsch bedeutet das türkis oder cyan ja cyan ist aber mehr türkis als cyan oder alter wir haben schon 5 millionen rf 6 6 7 hast du gehört 5 millionen abonnenten hast du hast du gehört nein 5 millionen rf hat der atomreaktor schon äh grandios 5 8 9 und vor allen dingen auch verdammt viel 5 millionen ja joa joa auch gar nicht zu hienden auch nur bis oben am so perfekt also gehen wir mal nach dem bienchen gucken ob die jetzt fertig sind mit mausen ohne schön schön ich habe doch sowieso ein erhöht ja dann kann ich hier nämlich noch wasser einsetzen entweder da wächst gerade kein bäumische daneben er wächst nicht mehr ein mal hoffen dass das nicht rein wächst sehr gut das klappt auch so lobe ich mir das wie heißen denn diese rahmen die heißen denn diese bienenrahmen weißt du das apiaries aber nicht jetzt ne was das heißt ein rahmen auf englisch ich suche es einfach über die mod meint es ist ein baustelle auf ja toll gleich fällt es mir wie schuppen von den augen ja denke ich auch wo ist es ruhig sein das wasser ist still so dann ziehen wir jetzt erst mal hoch oder was machen glasung haben wir ach so ja ich muss unbedingt für licht sorgen ähm glowstone cover da a frame frame natürlich na ja natürlich impregnated stick da muss ich seed oil okay das wäre eigentlich easy auch seed oil und holz ist ja machbar so vecta frame 8 stück 8 stück das heißt ich brauche holz 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 wie viel brauche ich denn 1 2 3 auch 8 oder ich das richtig sich das falsch der ist natürlich noch besser aus zwei holz werden zwei sticks ja das passt das käme normalerweise sind es vier du entsinnst dich normalerweise aus zwei erst zwei brettern sogar wird doch ein stick diese imprägnierten da brauche ich zwei holz für ein für ein für zwei sticks so zack zack wieder was gelernt aber ich bin schon oben sehr geil nun sie was geht sehr schön jetzt habe ich wieder sieht heute hier drin das ist doof ja naja obwohl ist eigentlich gar nicht so doof ich mache einfach noch ein paar von den dingern ich kann ja bis zu drei tipp da rein machen drei tipp das heißt noch 16 die beiden auch müssen sie nicht machen doch 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 das nicht ich muss hier noch holz hinsetzen und die treppen wieder runter gehen und holz hinsetzen und die treppen wieder runter gehen hol dir doch einfach genug holz mit hoch ja aber dann müsste ich ja immer wieder runter springen kann ich ja sogar ich habe wasser da unten ich weiß schon was gleich wieder im chat steht hier muss licht hin dann machen wir die vielen dank da will ich ja reinspringen so impregnated frame und dann brauche ich noch kakaobohnen 12 stück haben wir kakaobohnen überhaupt jetzt müssen wir welche anbauen kakaobohnen kakaobohnen kakao 2 na gut dann baue ich mal welche an mit zwei kakaobohnen kann man nicht viel machen hey ganz gern kuchen backen das tust du das ist ja witzig ich rede manchmal mit dem system ok kensie könnte abwechslung auch mal mit den zuschauern reden und denen jetzt mitteilen dass die folge zu Ende ist nein ist sie nicht will ich nicht nein das will ich nicht lass uns einfach überziehen ja warum nicht komm schon ich bin noch nicht fertig mit dem magiaturm ja dann kannst du dich ja schon auf die nächste folge freuen ja ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf ich habe gerade echt spaß am bauen ja das ist so schön hast du auch eine gute idee gehabt ja auf jeden fall kannst du noch mal gucken komm doch noch mal gucken komm ich bin schon so haben du hast noch 15 sekunden ah ok vielen dank fürs zuschauen schaltet auch nächstes mal wieder rein wenn es heißt hier magiaturm bauen ne reingehauen tschau